in der dritten liga vermeidet mannschaften von oben müssen wir immer spielen wenn es illegal ist weil dann treffen wir nicht auf die das ist ja auch scheiße wir sind nicht schlecht naja da brauchst du ohne torwart brauchst du nicht anfangen na klar da schießt den ball irgendwo hin die wwe wiese wwe ist das nicht irgendwas vom wrestling ja aber mit e oder mit a betonmischer association mit e was macht er gerade wo es war wo es wird für robert zahle spielt david wo ist denn meiner schon wieder was macht er denn dort oh meiner stinkt nicht hoch er hat sich er war noch mal abseits wie dann alle spieler oder was wuhr denn ich 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 Ach, wie helft's mir auf? Das ist die Fouls von mir dabei. Den könnt's ja nicht mehr daneben schießen. Schau mal, wie ich den hier weglacke. Bam! Da liegen ein Soli da. Aber hattest du vorher gesehen, wie ich den hier gecheckt habe? Ja, genau. Hattest du immer weggecheckt? Ja, Kölkip mit deinem. Wo ich auf ein Loom, Alter. Was mein er da jetzt für ein Fahrzeug gemacht hat? Ja. Nicht so schön. Und raus. Ich hab' einen Ball of the fire. Oh, ist der blöd oder was? Was? Oh, da würdelt's. Die spielt ja auch im Entfremd. Vielleicht dem Augenkreis oder was? Ja, ja. Und alle Spieler auch noch. Oh, in goes across. Great hands from the goalkeeper. Can he turn away from the challenge here? Ja, oh, good enough. Och. Achter. Za wys sore da. Jetzt ist es zu guter, wie der stark lên und ste�ert. Ja, sicher ist das nichtasse. Aaaaaah. Nein, ich bin unabsiedlich, ich wollte ihn nicht. Angekommen. Das mit dem Steilpass, das haut uns gleich nicht hin. Ja, davon da können sie schießen. Zu dicke Finger, zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt vorhin. Nein! Oh, der Wichter ist vorbei. Deja Vu! Ja! Was ist denn los hier? Ja! 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 Verdient! Überfällig! Ja! Ob er raus hat die Füße bei Schuhe? Nein! Nur einer! Ja! Ich schieße aber mit meinem hellblauen Vieh lieber! Ja! 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 muss sein und muss direkt an Oh ja! Es juste einmal zu erwerben! Ich bin doch garain! Ich bin doch nicht mehr危險! Ich bin doch gar anche gar�, ich bin doch gar�! So here we go for the second half. Oh no. Oh, what was that? Oh, he's going to get out of there and he's going to get a hook. Danke. Nice. Machchachet, bitte. Alter. Machstel! Ja, ja. Okay. 11. Cartolina Maria sagt er. Also es war da eigentlich auch ein Foul, oder? Eigentlich schon, aber durch den Abschluss vielleicht. Ja, aber wenn es 11 gibt, gibt es 11. Gibt es keinen Vorteil. Ja, wenn der was außerhalb. Das ist ja nicht was er entschieden hat. Echt? Ja, klar. Und wir müssen den Anlocken umgehen. Wir müssen die Attack einen, was wir machen. Und wenn wir die Anlocken nicht mehrmals sie gehen... Ja, klar. Ja, klar. Ja klar. Ja, klar. Das ist ein richtiger E-Goal Ach, rot Der roter Dann auch Pulitzer 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 Boah Das war ja ein Haxenbruch oder was? Ein Beinbruch Zwist, Zwist, Zwist Die haben noch einen Schlimmeren, bei denen spielt noch eine Rambo Wart wenn der erst rausgeht Grosalisch lebt oben Jetzt Hehehe Woops Der neben Gott Hehehe Ich wollte zu vier Hehehe Hehehe Pseh jetzt, oder? Ah, das ist schon Ich bin der erste Rechts außen Hehehe Hehehe In quickly Ah, shit Hier go Wah Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh ja 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 Das ist gut UB 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 die das ist die Idee nicht geblöckte mich nicht gefeuert wenn ich reingemacht jetzt bin ich sie nicht gibt dann Markus halt für die Knopf wir fießen RT Puh, Gattuso, bitte sehr, Gattuso, ich hab Start gedrängt, statt, ente, sehr schön, jawohl. Gehen sie raus. Der hier oben bei mir, der kann schon gar nicht mehr. Ja, hatte was verjessen. Wir gegen drei. Nein, ich drehe nicht mal. Ja, schön. Alles zu Null. Schön. Alles zu Null. Schön. Mal schauen, ob meine Frau schon da ist. Oh, Gattuso. Schnifftodig. Die nicht so üblichen Verdächtigen. So ein Spiel ist für sechs Punkte. Ja, drei Punkte. Nein, nein, dann wollen wir ja, oder? Müsmer.